Hey Leute, ähm, ich versuche es etwas schnell zu machen mit den Videos eben, ne? Äh, mit den Videos eben, ne? Ich versuche jetzt erstmal den Vogel zu zählen, so dann kann ich einfach weiterreden. Ähm, also, warte, sorry, ähm, es gibt ja ein Spiel, das heißt Sonic X, das ist, äh, cool, sag ich jetzt einfach mal. Also es ist so Horrormäßig, also wer kennt überhaupt Sonic? Okay, eigentlich jeder, ne? Ähm, ich habe das Video schon sehr oft versucht, aber nein, natürlich nicht, natürlich funzt es nicht. Minecraft stützt die ganze Zeit ab. Dieses Wichsvieh will die ganze Zeit meine Viecher töten. Puh, das regt jetzt schon auf. Ähm, ja. Ähm, dann sagt mir einfach mal in die Kommentare, ob ich das Spiel let's playen soll oder nicht. Wenn jemand ein Wände hat, mache ich das natürlich, ne? Das ist ja klar. Ähm, so, hier ist mein Vogel davor, ne? Nur irgendein Wichsvieh hat mir das, hat mir den gekillt, ne? Komm her. Komm her. Jetzt habe ich das wieder in die Hand. Jetzt tue ich das mal... Ja, ist ja jetzt auch egal. Ähm, ja, also, ähm, LP'n werde ich das wahrscheinlich, also wenn niemand Einwände hat. Ähm, dann schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, ne? Und ich kann ja auch jetzt länger aufnehmen, was ich richtig geil finde. Deswegen ist mir jetzt egal, wie lange ich jetzt überziehe oder sonstiges. Ich rede mir immer so schnell, weil Minecraft super oft abstürzt und ich das Video endlich fertig machen will. Aber ich es eben mit Minecraft, äh, aufnehmen wollte, weil ich euch die Daten zeigen wollte. Also es gibt Sam, Ferdinand, Piggy, Drage, Elio, ähm, Donnie. Dann gibt es hier noch eben Drachen, ein Delfin, der ist Flipper, Tigi, ein Tiger, Justiz, Henry, Mokka, Sneepy, meine Hasen, also ich habe keine Hasen, aber wenn ich welche hätte, würde ich sie so nennen. Äh, Just, Ronnie, Conrad und Champ, Emily, ne Katze, Lily und, äh, Blackie, auch meine Hasen, Shibi, eben mein Vogel und Lego, mein, eben, Dings, eben das, ne? Dann gibt es hier noch den Endodrachen, aber der funktioniert gerade nicht richtig. Deswegen lasst ihr mal raus. Ähm, ja. Und das war's eigentlich. Dann kann ich euch noch zeigen, das Orangene, das habe ich als Wegpunkt gemacht. Äh, die kann man setzen, indem man auf, äh, Z, C drückt. Dann sind da eben, ähm, Farben und dann würde ich es jetzt unter mir platzieren. Und dann, ähm, da steht jetzt eben die Anzahl, äh, jetzt steht da gerade 83,62 Meter. Das heißt, ich bin so viele Blöcke oder Halbblöcke oder so von denen entfernt. Ja, äh, dann zeige ich euch erstmal noch Alina, Petri, Jack, Dodo, Zoe und Nackets. Wenn Dora das sieht, für mich heißt sie immer noch Vogel. Okay, das versteht jetzt, glaube ich, niemand. Außer jetzt meine Klassenkameraden und so. Na, egal. Ähm, und Dora das nicht als Beleidigung gemeint, sondern, äh, ich hab einfach mal, nun ja. Mir ist einfach kein Name eingefallen. Nun ja, ja, eben das, ne? Ja, okay, dann, ähm, das heißt, ähm, wer ist das nochmal? Mir soll das nicht einfallen, warte. Das heißt, das heißt, Rise Minimap. Und, ähm, das, was ich euch gezeigt habe, das hier mit den Tieren, das hab ich euch letztens nicht gesagt. Das heißt, Mook Rages. Ähm, dann gibt's noch Backpack. Das heißt, das mit den ganzen, wer hätte es gedacht? Mit den ganzen Rucksäcken. Backpack, ne? Ja. Ähm. Bis jetzt hab ich alles drangenommen, ne? Was ich dran nehmen wollte. Also brauch ich eigentlich, jetzt nichts mehr zu sagen. Und bevor Minecraft hier abstürzt, sag ich einfach mal, schreibt mir das einfach in die Kommentare, wie ihr das Video findet. Liken, abonnieren, ne? Und alles mögliche. Und danke für die Videos. Also, dass ich jetzt länger aufnehmen kann. Denn das find ich super spitze. Dann kann das sein. Egal. Dann muss ich nicht immer auf die Zeit achten. Okay. Nun ja, dann, wenn man den Vogel in der Hand hat, dann fliegt man so ganz langsam runter. Also jetzt nicht so langsamer. Eben, dass man keinen Fallschaden bekommt. Egal. Dann sag ich einfach mal, bye bye und bis zum nächsten Video. Oh, scheiße. Ich wollte ausmachen, nicht den Block wegwerfen. Äh, bis zum nächsten Video. Ja.